Ein Schlagzeuger ist ein Musiker, der ein Schlagzeug oder eine Trommel spielt, einschließlich aller begleitenden Perkussionsinstrumente wie Becken, Tambourin, Röhrenglocken, das Triangel, Holzschnitte und die bekannte Kuhglocke. Dürmkit ist ein Sammelbegriff für Perkussionsinstrumente, die in ihrer Gesamtheit von einer Person, dem Schlagzeuger, gespielt werden können. Ein Schlagzeug und die Trommel gehören zu den Membranophonen. Membranophon sind Musikinstrumente, die mittels eines angespannten Blattes Klang erzeugen, die Vibrationen erzeugen, wenn sie von einem Trommelstock oder einer Hand getroffen werden. Ein anderer Name dafür wird auch geschlagene Membranophon genannt. Neben geschlagenen Membranophonen gibt es indirekt geschlagene Membranophon. Indirekt geschlagene Membranophon werden gespielt, zum Beispiel Mittelzeiten, die das Blatt berühren oder durchbügeln auf dem Blatt. Das Blatt, Membran, eines Schlagzeugs oder einer Trommel wird an der Oberseite der Trommel gespannt, sodass die hohle Form der Trommel als Resonanzkörper fungiert. Die genaue Tonhöhe einer Trommel hängt von der Spannung der Membran, der Form der Trommel und den verwendeten Materialien ab. Je größer die Trommel ist und je tiefer die Trommel ist, desto tiefer wird der Klang sein. Ein Schlagzeuger ist ein breiter Musiker, weil er oder sie verschiedene Arten von Perkussionsinstrumenten verwenden kann, die auch auf unterschiedliche Weise gespielt werden können. Neben den bekannten Drumsticks kann ein Schlagzeuger mit den bekannten Pinseln oder Quasten eine Trommel spielen. Pinsel werden von einem Schlagzeuger verwendet, weil sie einen weicheren und längeren Klang als Drumsticks geben. Pinsel werden hauptsächlich in Jazzbands ziemlich oft verwendet, weil sie in den Musikstil passen. Neben den bekannten Drumsticks macht ein Schlagzeuger ausgiebig Gebrauch von Fußpedalen, mit denen die Bassdrums bedient werden. Eine Basstrommel zeichnet sich durch ihren tiefen Klang aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.